Der erste 24 Stunden Stream liegt jetzt tatsächlich schon ne Weile, ne Weile hinter mir. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show 100. Folge! Der war spannend. Aua! Der war spannend. Der war gefühlvoll. Was los? Hey, was ist los? Du sollst mich loslassen. Aua. Aua, lass die Krallen drin. Du hast irgendwie. Geh mal runter. Und der war aufregend, weil es für mich auch das erste Mal ein 20 Stunden Stream war. Ich will mal zeigen, was die Socke kann. Guck mal, die Socke kann das. Das kann die Socke. Achso, Stefan ist das. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, der steht daneben mir. Entschuldigung. Und jetzt nach der Zeit ist es mal wieder so weit, dass wir einen machen müssen. Du nicht. Ich glaube, das wird lustig. Ich glaube, das wird spannend und aufregend. Ich hatte damals noch gar keine Ahnung, wie das ausartet. Denn das war verdammt schwierig umzusetzen, weil ich noch gar kein, ich sag mal in Anführungsstrichen, vernünftiges Equipment hatte. Hä? Der hat die Batterienacken dann trotzdem nicht voll? Was ist das denn? Ist das ein Bug? Ah, jetzt. Dacht schon. Und das wird alles anders dieses Mal. Das wird alles anders dieses Mal. Und ich denke, dass wir da richtig viel Spaß haben werden. Und ja, ein 24 Stunden Stream. Oh, holy shit. Sag mal, hört man uns noch im Stream? Ja, tut man. Ja, tut man das. Ey, weißt du was? Wir machen einfach das Unterhaltungsprogramm in der halben Stunde. Findet ihr Reflex gut? Ne, niemals. Ey, sag mal, stehen da, ich sehe gerade den Stream, das sind doch die Zeugen Jehovas, oder? Ja. Hm, genau so anhänglich. Das wird sehr, sehr lustig, sehr, sehr geil. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Und wir sehen uns dann am 9.3. auf Twitch. Ja, das wird cool. Ich glaube, ich muss da mal los.